Lonely girl Clemens! Hello! Wir sind heute hier zusammengekommen, um Abschied und Neuanfang zu feiern. Du wirst Neurologin an der Charité werden. I love Lisa! Der Jan ist ein bisschen ein Trottel, gell? Der baggert die Lisa an. Was ist da los bei dem? Was ist mit dem? Lisa, der Clemens hat extra für dich ein Lied geschrieben? Nee, sorry. Das ist, glaube ich, nicht der Moment für den Song, ey. Und von dir, Clemens, kommt da heute auch noch jemand? Ich glaube, ich geh jetzt. Du kannst mich jetzt nicht mit den ganzen Leuten alleine lassen. Du Marcel, warum hast du denn da jetzt den Dünner mitgebracht? Die haben doch extra gekocht. Wieder sein nicht verbrannt. Was? Wir Deutschen können über alle lachen, aber über sich selber kann man halt nicht lachen. Alter! Du! Nein! Das ist das Problem! Sag mal, was bist du eigentlich für einer? Das ist irgendwie ein Genderschmender. Genderschmender. Das spielt nicht an! Halt dich doch! Halt dich deine Fresse! Okay, ich glaub, ich würd jetzt gehen. Ich kann das nicht mehr. Übern näht am Baby. Hand in Hand mit dir. Übern näht am Baby. Hand in Hand mit dir. Hand in Hand mit dir. Hand in Hand mit dir. Halt dich doch mal. Nein! ämän Untertitelung des ZDF, 2020